ich ich bestätigt die Ziele für dich sie sagt auch durch vorliegen abgab so ist er nicht am liebsten in Position aber das gesamte darf im Blick er bestätigt markiere die Ziele für dich dreh ich weg und lass mich gehen ich will lieber selbst schießen du hast grünes Licht wow du hast grünes Licht Feuer nach eigenem Ermessen gute Arbeit bleib konzentriert du kannst weiter los du hast grünes Licht Ziel neutralisiert gut nochmal sparen gut da sehe ich jetzt keinen wo ist er denn da ist er ne da sehe ich gar keinen von da oben sehe ich auch keinen also eigentlich könntest du weiter meiner Meinung nach anscheinend nicht der Meinung des Spiels da ist doch keiner mehr hä f6 ziel neutralisiert äh wie wär's wenn du mal weiter gehst das sind das wo laut der Landkarte so ne da kann ich die Landkarte kann ich aufrufen ah da ist noch einer du hast grünes Licht ziel neutralisiert ok schön ruhig und langsam nochmal quick saven jetzt zieht er schon wieder ein natürlich ich habe keine freie Sicht auf die Straße mir bleiben nur wenige Minuten um Salazar zu identifizieren und auszuschalten ok kein Problem Razer 6 4 ich markiere ihn für dich mit dieser elastischen Stimme gut Position einnehmen Razer 6 4 ziel nährt sich ihnen nochmal spiel quick saven komm bereit warte auf Anweisungen so letztes Mal gequicksafed ziel ist in Reichweite sie haben grünes Licht jetzt muss ich ihn identifizieren oder was ach du scheiße ziel in Sicht wir knipsen ihn aus du hast grünes Licht sehr schön Salazar wurde eliminiert wiederhole Salazar wurde eliminiert wir können von hier verschwinden gut bereilen sie sich aus Nordosten nähern sich mehrere Gegner ihrer Position ich leite sie in sichere Entfernung in Ordnung bin auf dem Weg bereilen sie sich auch jetzt auf einmal kommen die alle her das wird überhaupt kein unfaires Match bereilen sie sich aus Nordosten nähern sich mehrere Gegner ihrer Position ich leite sie in sichere Entfernung in Ordnung bin auf dem Weg bereilen sie sich nicht anhalten leck mich doch bereilen sie sich aus Nordosten nähern sich mehrere Gegner ihrer Position ich leite sie in sichere Entfernung in Ordnung bin auf dem Weg bereilen sie sich nicht anhalten Alter leck mich ist das kacke schwer alter okay bereilen sie sich aus Nordosten nähern sich mehrere Gegner ihrer Position ich leite sie in sichere Entfernung in Ordnung bin auf dem Weg bereilen sie sich bereilen sie sich bereilen sie sich ja ist doch schon gut ja ist doch schon gut sie müssen es zur Brücke schaffen kurz gut nehmen sie den Weg links der Straße über den Hügel bereilen sie sich ok mach mal Diese elastische Musik und Wormbecks Momentan besteht keine Notwendigkeit anzugreifen Gehen Sie den Fluss entlang und vermeiden Sie Feuergefechte mit den Wachen Kein Problem, schon unterwegs Ich sehe schon, wir werden sie angreifen Achso, ich soll ja links, ach schau da Ich hätte gerne mal ein Schauschützengewee wieder Und dieses scheiß Ferngluster, das braucht doch keiner Oha 5 Cool Ich befürchte wohl, wir werden uns mit denen battlen müssen Habe ich ja nicht so viele Granaten Ne, habe ich nicht Boah, leck mich, find das kacke Okay Ja, wo haben Woher sehen denn mich die? Okay, ich weiß auch, dass ich gestorben bin Gut, probieren wir es mal mit Kriechen Was man sieht, nicht so lange dauern wird Ich muss die, ich muss die früher oder später angreifen Ey, was soll denn das für eine Scheiße sein Gut, F5 Ich habe nicht mal Granaten Und da hat er zuerst gesagt Granaten, Clamers und C4 Ich habe Was habe ich denn? Ich habe eine Waffe, einen Enterhaken, eine Clamer Wenn ich Der hat mich voll angelogen Ist schon gut Blattieren Sie die Sprengsitz Nein Nein Okay Also, na gut, ich hätte da gleich mein Quick-Safe Das ist schon mal was Hätte ich eine Granate Wie es gesagt, hätte dieser Vollhorst Wäre ich schon längst Drüben Wieso sprintet denn der auch nie? Ich check's nicht Cool Er soll sprinten Er schafft's nicht Dieses voll idiotische Kind Das, das kann's nicht Das kann's nicht bringen Da, sofort entdeckt Woher auch immer Wenn sie dann wenigstens mal kommen würden Ihr habt's doch Psychische Probleme, oder? Okay, das ist eine ziemlich scheißbeschörerte Stelle Boah, dann steht er auf Dieses voll idiotische Kind Isolette nicht nach Also Perverses Säugling Kann ich vielleicht auf den Stein irgendwie draufkriegen Natürlich Sofort entdeckt Natürlich Ich mein, ich bin so Okay, da drüben ist es irgendjemand Ey, das ist echt eine perverse Stelle, ja Die schießen einmal, ja Und ich bin sofort tot Ich hab 80 Leben Haben die eine Shotgun, oder haben die ein Scharfschützengewehr? Ich hab keine Granaten Ich hab gar nichts Fick dich doch einfach Du scheiß behindertes Spiel, ja Das ist doch eine Tierquälerei Natürlich Natürlich, natürlich Natürlich Die können auch gar nicht sterben Das ist Leute Ich fühl mich gerade emotional echt behindert Okay Eine andere Idee Wen diese Vollidioten meinen Ich schieße mich noch einmal an und du bist tot Natürlich Natürlich Äh, fünf Scheiß, ich bin nur zu weit Scheiß, ich bin nur zu weit Scheiß, ich bin nur zu weit Ich bin nur zu weit Äh, ich will da rüber gehen. Was passiert? Ich werde irgendwie zurückgedrängt. Möi, die End! Möi, die End! Achso, ja, ich kann ja da nicht schießen, natürlich nicht. Boah, ist das ein Scheiß-Spiel, ey. Überall wo du hin siehst, nur Bugs, Fehler, Scheißen.